Firma Agroge ist bekannt als Marktleader im Bereich Elektroinstallation. Sie strahlt eine grosse Sicherheit aus. Die Investition, die die Firma in den letzten Jahren getätigt hat, gibt Sicherheit, dass man auch mit der Firma Agroge sehr, sehr gute Arbeitgeber hat. Also es ist so, dass bei uns die Einteilung des Tages sind wir selber dafür verantwortlich. Wir sind auch flexibel, können es selber einteilen. Trotz dass mir die Arbeit eigentlich im Fokus steht, dass man trotzdem eine gute Work-Life-Balance hat. Wir können am Morgen kommen und gehen, wenn wir wollen. Dadurch kommen wir auch mehr Motivation rüber. Es ist natürlich so, der Chef sieht schon, wir müssen aktiv sein. Das verlangt er auch von uns. Und wenn das so stimmt, haben wir die Flexibilität. Und das ist sicher auch kein Problem, bei so einem junggebliebenen und dynamischen Team wie wir sind. Ja, wir können uns super austauschen und haben es auch lustig zusammen. Es geht ja nicht immer nur darum, sich stur auf die Arbeit zu konzentrieren, sondern auch etwas Freude zusammen zu haben. Und so stellt sich auch das Team so besser zusammen. Wenn ich etwas brauche, dann helfe mir mein Arbeitskollege oder Arbeitskollegin. Und wenn sie etwas brauche, helfe ich ihnen natürlich. Und so ergänzen wir uns sehr gut. Durch die flachen Hierarchieinstufen merken wir natürlich, dass alle auf dem gleichen Level sind. Das ermöglicht eigentlich einen sehr, sehr guten Zugang zum Management. Und demzufolge auch Entscheidungen, die man sehr schnell bekommt, die man für das tägliche Arbeiten braucht. Das Arbeitsklima hier in der Agro ist so gut und so cool, dass ich nach zehn Jahren immer noch dabei bin und motiviert zu bleiben, um weiter zu machen. Wenn ihr eine neue Herausforderung sucht, seid ihr sicher bei der Firma Agro richtig. Es ist eine sehr innovative Firma. Bewerben und probieren sie. Ich kann nur positiv sagen. Ja.